Ein Menü in Joomla 5, Anlegen und Verwalten. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein neues Menü erstellen kannst, wie du ein Menü einer bestimmten Position zuordnen kannst, damit das auch auf der Website dargestellt wird und wie du einzelne Menüpunkte hinzufügen kannst. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Praxisvideo. Mein Name ist Oliver Pfeil und wenn dir solche Videos gefallen, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und wir sehen uns das Ganze jetzt in der Praxis an. Ein Ansatz noch, es gibt eine sinnvolle Menüstruktur, dass du beispielsweise das Hauptmenü ganz oben platzierst mit den wichtigsten Menüpunkten und alle unwichtigeren Menüpunkte oder für die du keinen Platz mehr hast, dann unten in das Futtermenü packst. Und genau das werden wir uns jetzt an dieser Stelle ansehen. Und dazu habe ich hier eine Installation für dich vorbereitet und wir klicken jetzt hier auf der linken Seite auf Menüs und anschließend auf Verwalten. Jetzt siehst du, es gibt hier ein Main-Menü, Hauptmenü und ich klicke jetzt einfach mal darauf, weil ich das auf Hauptmenü ändern möchte, weil sich das besser anhört. Ich könnte jetzt an dieser Stelle hier auf der linken Seite, also hier komme ich in die Einstellungen und wenn ich das hier aufrufe, komme ich zu den einzelnen Menüpunkten. Und an dieser Stelle kann ich jetzt ein neues Menü erstellen und das mache ich jetzt einmal. Ich erstelle, klicke auf Neu, sage Futtermenü, der Menütyp wird automatisch ausgewählt, ich sage Speichern und Schließen. Ich bekomme jetzt einen Fehler, weil hier der Menütyp nicht leer sein darf. Wird wohl doch nicht automatisch ausgewählt, ich nenne das Futtermenü, klicke auf Speichern und Schließen und dann habe ich hier ein Hauptmenü und ein Futtermenü. Und auf der linken Seite kann ich jetzt hier auf das Futtermenü klicken und sage Neu, Titel beispielsweise Impressum, Menü-Eintragstyp, das ist dann in dem Fall ein Beitrag, aber es gibt hier viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst hier Kontakte suchen und so weiter, aber Standard ist mal Beitrag und einzelner Beitrag. Das ist so die Standardkonfiguration, weil du ja im Menü Seiten verlinkst, grundsätzlich einmal. Dann als nächstes kannst du jetzt hier den Beitrag auswählen, du klickst auf Auswählen und dann siehst du hier alle in Joomla erstellten Beiträge. Impressum habe ich jetzt hier noch nicht erstellt, aber es geht jetzt um das Beispiel und ich verlinke jetzt einfach die Über-mich-Seite und klicke auf Speichern und Schließen. Damit haben wir das jetzt so erstellt. Und wenn wir uns jetzt die Seite einmal ansehen, dann haben wir hier, das ist das Standard-Design, hier ist nichts hübsches, nichts optimiert, das ist einfach nur eine Beispielseite. Und jetzt haben wir hier das Hauptmenü, aber an keiner Stelle ein Footer-Menü. Und das liegt daran, dass wir dem Menü noch keine Position zugeordnet haben. Wir sehen, das Hauptmenü wurde schon einem Modul und einer Position hinzugefügt und das Footer-Menü noch nicht. Und dazu klicken wir jetzt einfach hier auf ein Modul für dieses Menü hinzufügen oder ich zeige dir jetzt den manuellen Weg. Du kannst jetzt hier auf Inhalt Seitemodule klicken und dann sagen wir jetzt hier Neu und suchen nach dem Menü-Modul. Navigation-Menü. Das wählen wir dann aus. Und anschließend vergeben wir hier auch wieder einen Titel-Futter-Menü und können definieren, möchten wir den Titel anzeigen, ja oder nein. Ich lasse das jetzt mal für dieses Beispiel auf Ja. Dann wählen wir hier noch das Menü aus. Hier ist Footer-Menü eh schon richtig ausgewählt. Wir klicken einmal auf Speichern. Damit haben wir das grundsätzlich schon mal hier so erstellt. Und jetzt im letzten Schritt müssen wir dem Ganzen noch eine Position zuordnen. Dazu klicken wir hier auf Position, auf dieses Dropdown und hier gibt es viele verschiedene Positionsangaben. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig, was das Richtige ist. Ich versuche es jetzt einfach mal mit Fußzeile Footer. Klicke auf Speichern und dann wechseln wir hier nochmal zur Seite selbst. Und wir haben hier im Footer Impressum schon einmal enthalten. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass das jetzt möglichst schön ist, sondern dass du weißt, wie das funktioniert. Das heißt, Schritt 1 ein neues Menü anlegen, Schritt 2 ein Modul für dieses Menü erstellen und dem Ganzen eine Position zuordnen und dann die Menüpunkte entsprechend erstellen. So funktioniert das Ganze. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns bei einem der folgenden Videos einmal wieder.